Moin, Herzlich Willkommen, 23 Folge LS22 steht im Boden In der letzten Folge haben wir noch ein paar Ballen gepresst und dann die erste Furore Holzpalette jetzt fortgebracht äh, war nicht ganz so einfach weil der LKW dann viel zu viel Gewicht auf der Hinterachse hat gut, ich weiß nicht wie viele Tonnen das jetzt waren ich weiß nicht wie viele Paletten das waren ähm, hab da nicht so ganz drauf geachtet also muss ich nicht gezählt aber es waren auf jeden Fall einige und dadurch kommt man nicht mehr gescheit linken ich weiß nicht, überhaupt linken deswegen teste ich jetzt mal den Gewichtadapter dran zu hängen wenn es so gut ist der KW hat noch so ein Saat, ich stelle das Gewicht schon da vorne dran so, wenn das jetzt hoch geht bitte okay, es geht sieht bekloppt aus, aber geht wie viel Gewicht das jetzt extra ist, weiß ich grad nicht, aber vielleicht bringt's ja was sonst muss ich halt noch ein größeres Gewicht schon keine Ahnung wenigstens ich einigermaßen lenken kann vor allem beim Rückwärtsreichschirm wenn mir das nicht mehr die Fahrt runter ging ja eigentlich einigermaßen nur halt unten dann beim Verkaufen jetzt bin ich mal mit der Fure jetzt um die 80.000 plus gemacht äh, ja was schonmal keine schlechte Summe ist ich hab nur festgestellt letzte Folge, dass auf einmal, dass ich, äh, also die hat dass ich die Produktion irgendwie vernachlässigt hatte, sag ich mal anscheinend dadurch, dass alles reif war und die sind das in Dralala, weil Hackschützeln sind nicht mehr viel drin und, ähm die Palettzicke waren leer und die Paletten waren voll komplett ähm, ja, okay gut, dann haben wir es auch 4.000 Liter Hackschützel das dürfte, denke ich, reichen, bis ich die ganzen Kram hier fort hab ich stelle mal zwei Fuhren wird's noch okay also eine auf jeden Fall und wahrscheinlich noch so eine halbe oder so keine Ahnung boah, naja Klappe ist offen alles klar dann verladen wir die Dinger mal guck mal wie es läuft und dann kauf mal die Dinger auch ein mich war nicht Untertitelung des ZDF, 2020 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 Irgendwas zu steuern mit dem Ding Ich verkaufe ja einen scheiß Automaten hier Jetzt hänge ich komplett fest Boah Ich weiß, ich rolle gerade Aber das Tricks Ding Alter Schwede, gib mir das auf den Sack gerade Dieser scheiß Automat da Das hänge ich aber immer noch hinten Weil er halt immer wieder beim Vorwärtsfahren nicht lenkt Rückwärtsfahren wieder nicht so wie es will Rum, 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 ja Genau Ich bin mal wieder rüber, so Jetzt zurück Schön da ran bitte So dass alles verkauft Uff, T3, das sieht gut aus Schwere Geburt Haben wir noch eine Fuhre Weil es keine ganze Fuhre sein wird Sehr gut Nein, ja Ja, von mir aus Bitte vorwärts Geh weg Den Automaten still ich ihn mal wieder hin, wenn ich mal Zeit habe Na, aber nicht jetzt Oh, hei, 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 hei Sonst hat er mich eh wieder Das schwer Seit ich gucke jetzt, als ich die Paletten hinten drauf lade Beim Kran da Ziemlich Ähm So dass vielleicht das Gewicht alles so Eher auf die Hinterachse legt Achter Blitzer Und nicht vielleicht besser lenken kann Aber Müssen wir halt mal testen Bis dann, wenn wir dann so weit mal am Hof sind Also Beziehungsweise, wenn wir dann wieder herfahren Erstmal müssen wir uns wieder Draufladen, die guten Dinger Bis dann, wenn wir dann wieder hin Bis dann, wenn du dann, wenn du dann Alles schön Bis dann, wenn du dann Gib Dich Nicht Wir haben gerade die letzte Partei noch von der Produktion weg. Das ist auch die letzte Partei, die verkauft wird. Alles weitere, was jetzt hier produziert wird und spawnt, kommt aber wieder ins Lager fürs nächste Jahr. Wird mal so weit kommen überhaupt, aber rein theoretisch so nicht. Joa, so sieht das Lager aber wieder leer aus. Und der Anhänger ist wieder von. Hier vielleicht gerade nach vorne fahren sollen. Die Alu-Busse hinten schieben kann die Paletten. Aber gut, ich habe aber nicht gedacht, dass es doch so viele Paletten nochmal gibt. Dürfte ich bitte die Palette abstellen? Dankeschön. So, nochmal alles. Mal mal, dann können wir gleich die Läppelette noch auffüllen. Beziehungsweise könnte man ja gleich Läppelette noch kaufen, wenn wir eh schon mit meinem Ding unten sind. Ja, dann müsste ich aber jetzt entweder den Adapter mitnehmen. Oder den Titellader. Und wir haben glaube ich kein anderes, als das der Paletten zu kaufen. Das können wir immer noch machen, wenn wir Zeit haben. Dann wäre es ein Titellader drüben wieder in die Halle rein. Da komme ich gerade nicht vorbei. Machen wir hier Taube dazu. Äh, beziehungsweise. Äh, ja. Die Halle schütze füllen sie langsam. Ja, gut. Ich licht das mal an, scheißegal. Ich lände die drüben ab. Ich mache die Schaufel schon mal dran. Ähm. Und gucken dann wahrscheinlich nächste Folge oder so, dass wir ein Schütze da auffüllen. Mal sehen dann. Weil ich muss ja langsam auch die Ernte starten. Ob das mal noch dann läuft. Der August ist jetzt fast rum. Mal Juni. Gut. August, äh, September, Oktober, November. Ist jetzt auch nicht mehr allzu viel, gell? Wenn man so überlegt. Dass es immer nur zwei Tage sind. Ah. Wird sportlich, sage ich jetzt mal. Deswegen Titel da da hinstellen. Und die scheiß Pellets noch wegbringen. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Wo ist er denn da? Ah, warte mal. So, kann man gerade wieder zumachen hier. Gut. Okay. Spannbude. Nee, warte. Erstmal Klappe zu. Spannbude drum. Gut, ohne Spannbude macht's auch gut. Da steht ja. Da spackt die Dinger doch eher rum. Fliegen manchmal in der Weltgeschichte. Nee, nee, lass mal lieber so. So, das haben wir die dritte Flure. Die drei Paletten weniger hat. Wow. Ich fahr wieder querfeldein. Sehr gut. Also würdest du abladen wieder? Ein Spaß. Gut, der automatisch ist weg. Aber trotzdem. Nein, ja. Aber gut. At这sten steh, dass der Journey ist. Ich weiß, dass du es nichtaggio beflver recognizesst. Bis jetzt. Ich weiß, dass du so ist. Tschüss. Once je것 geht. So, gucken wir mal, wie es diesmal läuft. So, diesmal ist der Automat weg, also kann ich theoretisch schön ranfahren. Wir haben jetzt vorhin drei Paletten weniger, was das Rangieren vielleicht etwas erleichtert. Wenn man also gut so richtig dran kommt. Na, ach komm! Jetzt habe ich das im Anhänger da an dem Scheiß Ding festhängt. Und den deswegen abwürgen. Jetzt fangen wir da schön da ran. Na, eine Palette nach vorne. 22.000. Jetzt komm schon! Eine Scheiß Palette da noch. Jetzt. Nein, das Gewicht vorher schon wieder. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist eine Scheiß Palette da jetzt noch. Schön. Denk nimm ich da nochmal auch wieder. Perfekt. Schön viel Arbeit. Das habe ich jetzt eingenommen. 200, 2000. Ja, das kommt ziemlich gut hin, glaube ich. Wenn ich mir das angucke. Ich schicke mal den mal ein bisschen weg hier. Irgendwie hängen wir gerade irgendwo fest. Ich frage mich halt wo. Ach nee, warte, ich war im falschen Gaben. Ja, vielleicht sollten wir auch vorwärts fahren, wenn man vorwärts fahren möchte. Der exakte Vorwärtsgang einlegen. Wenn wir eh gerade schon da sind, können wir gerade mal tanken. Auch ein Vorteil. Weil der EQW hat noch weitere Arbeit zu verrichten. Aber gut, erst mal bringe ich mal Anhänger zum Hof. Und dann gehen wir weiter. So, da sind wir jetzt wieder am Hof angekommen. Die Frage ist jetzt, wo stellen wir den Anhänger jetzt gerade mal ab? Weil wir brauchen ihn ja jetzt gerade nicht. Aber er ist auch nicht gerade der kleinste. Ah, okay, jetzt. Wollte er gerade nicht so ganz. Ähm, ja. Ich glaube, ich habe eine Idee, wo ich ihn hinstelle. Komm ich da rum? Wollte ich denn eigentlich Leerpaletten noch holen? Ach, egal. Das ist echt komisch. Ich weiß nicht, wie die Produktion das gerade aussieht. Ah, das ist ein scheiß Haufen da. Der hat eine Lenkachse eigentlich. Ja, muss ja. Also, wenn das Ding keine Lenkachse hat, weiß ich auch nicht, Alter. Aber die Lenkachse reicht mir, glaube ich, nicht, oder? Oh, mein Grazer. Ähm, der ist halt schlauer, so eine fernere Seite zu stellen. Eigentlich schon, Alter. Vielleicht daheim, wo Platz ist. Macht Sinn. Äh, ja. Jetzt gucken wir ihn jetzt mal noch. Wollte wegen Düngen müssen wir ihn jetzt noch gucken, genau. Und... Wegen der Erntung. Wäre ein ganz wichtiger Punkt, der anzufangen jetzt langsam. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich müsste er jetzt schon dir... Ähm... mit Baller. Ernten. Jetzt müssen wir gleich mal nach... Und da sich die ganze Zeit denke, ja, der muss anfangen, aber... muss er gar nicht. Eiseschande. Jetzt schiebe ich mir dann eine Länge bitte da gescheit hin. Oh Gott, das ist viel... Was hier... Oh, hier, hier, hier. Warte, das Gewicht hängt vorne wieder fest. Jetzt mach ich schon mal ein bisschen besser, bitte. Guck mal, der passt doch wie angegossen dahin. Einwandfrei. Äh, steu ich ab. Gut. Des Weiteren haben wir dann noch News von Shines. Guck, was heißt News? Das ist ein einfacher Screenshot, der in den Tagen gekommen ist. Wo man, ähm... Das neue Wetter sieht, sag ich mal. Also... Die haben, glaub ich, schon da geschehen, erst mit, äh... Wetter irgendwas. Ich weiß gar nicht, ich blende es hier auf jeden Fall ein. Was genau das alles war. Und da sieht man halt... Ich glaub, man sieht so ein bisschen im... Im Feldweg so die Bodenverformungen. Und, ähm... Man sieht halt auch den schönen Regen. Es könnte halt Vermutungen geben. Das ist mal vielleicht am Dienstag noch erfahren. Oder Dienstag ist meistens so der Tag, wo es scheint. Ne, war eigentlich Freitags, gell? Aber da kam jetzt nichts. Hm. Ja, oder wahrscheinlich am Mittwoch, wenn dann der Gamescom-Trailer rauskommen wird. Weil, wird ja sehr wahrscheinlich was kommen, dann. Äh... Reaction auf diesen wunderschönen Trailer kann ich halt erst am... Samstag eigentlich aufnehmen. Weil ich ja bis Freitag unterwegs bin. Freitags noch was aufzunehmen ist jetzt nicht so das... Einfachste, glaub ich. Ich weiß ja, was ein Scheimkommel überhaupt. Also, kommt man mal so Samstag, beziehungsweise Sonntag mitrechnen, dass die Reaction da dazu kommt. Ähm, genau. So, sind wir mal gespannt, was wettermäßig kommen wird. Ob es so Sturm-Sachen geben wird. Plötzlich da wieder Wetterwechsel, Dürre, extremer Regen. Also, sag, abwarten, Tee trinken. Dann sehen wir aber weiter, ob da was kommen wird auf dem Tisch. So, jetzt wollte ich kurz wegen der Gemüsetechnik gucken. 170 PS braucht ich den gerade mal. Äh... Der ist zu schwach dafür, aber der MB-Trak eigentlich auch zu schwach. Geht aber noch. Da gehen wir gerade mal zu Missionen. Die Ernte starten. Äh, stopp. Nein. Äh... Äh... Ja, die haben den kürzesten Zeitraum zum Ernten. Sagen wir so. Das Bild gesagt jetzt hier. Frag ich jetzt, welche Fehler sind diese überhaupt? Die 49 und die 18. Wenn 40 ist ja gleich am Eck hier, aber... 18 ist da ein bisschen weiter entfernt. Na gut. Kriegen wir alles. Hoffentlich. So, Dünger ist drin. Perfekt. 49 ist ja gleich da vorne. In der Halle runter und dann das eine Feld. Ne, bei unseren Feldern. Dann kann der da loslegen. Und ich würde jetzt, ja, zum Ballenpressen ist es eigentlich noch nicht. Ja, wir müssen die Zeit nutzen, deswegen. Ich würde aber sagen, ja, lass gerne like und arbeite, wenn es euch gefallen hat. Ehe nichts weiteres verpassen wollt. Und, äh, ja, nix folge. Sagt, Ballenpressen. Und dann wird die Ernte gestartet. Muss man auch mal gucken, wie genau. Weiß ich schon nicht. Wie man das machen. Pressplay, Helfer, Volumi. Keine Ahnung. Eevee werden wir schon einen Plan finden. Auf jeden Fall auch nächste Folge. Ähm, ja, mal das Ballenpressen geht ja schnell. Das kann man dann vielleicht parallel zum Ding dazu machen. Beziehungsweise düngen muss ich die Wiesen ja auch noch. Also, ja, machen wir alles. Nächste Folge dann. Also, danke schön fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.